Wie du dich als Handwerker in 2022 selbstständig machst, darum geht es heute bei diesem Thema. Und wir wollen uns heute gemeinsam mal anschauen, was für die Schritte sind, die konkreten, was wir empfehlen. Gut, wir gehen davon aus, du kannst dein Handwerk. Es geht jetzt wirklich nur darum, den förmlichen Teil zu machen und du wirst jetzt einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand bekommen. Und auch die Dinge, worauf es ankommt, wo die meisten nämlich tatsächlich am Anfang scheitern, wo die meisten am Anfang große Probleme mitbekommen. Erstmal willkommen hier. Mein Name ist Alex und der Marvin ist auch mit dabei. Jo, hi. Und wir gehen das Schritt-Weiß wirklich mal durch. Also wir gehen jetzt davon aus, du bist Handwerker, du kannst, was du auch machen möchtest, handwerklich gesehen. Und es geht jetzt einfach um die wirtschaftliche Sache dahinter, wie baue ich das Schritt-Weiß am besten auf. Und ich denke, dass was schon mal das Wichtigste ist, wir verfolgen einen sehr Cashflow-orientierten Ansatz generell mal. Also wir haben unser Unternehmen auch komplett ohne Investorengelder aufgebaut. Das heißt, es geht wirklich an der Stelle darum, dass du das möglichst so aufbaust, dass du, also das ist zumindest unsere Erklärung jetzt, dass du möglichst die ganze Zeit selber die ganzen Fäden in der Hand hast, keine riesen Bankkredite aufnehmen musst, aber trotzdem schaffst, dass das Unternehmen schnell wachsen kann. Ja, also ich würde noch ein Stück vorher ansetzen und dir erstmal so gedanklich auch bewusst werden. Also das fängt eigentlich, das Selbstständigwerden oder das Handwerksbetriebgründen fängt eigentlich so im Kopf an. Also es ist eine Art Einstellungssache und Kopfsache, wie du jetzt an das Thema rangehst. Weil die meisten, die werden ja selbstständig, weil sie sehr gut sind in dem, was sie machen auch und ihnen das Spaß macht. Und jetzt musst du aber wissen, wenn du dich selbstständig machst, dann beinhaltet das noch mehrere andere Themen, wie zum Beispiel Kundenakquise, Verwaltung im Hintergrund, später auch Mitarbeiterakquise, Buchhaltung, genau, also Verwaltungsthemen generell, dann das Thema Finanzmanagement, also so die Finanzen im Griff behalten. Das klingt jetzt alles ein bisschen wild, aber ist auch alles nicht so schwer. Ja, aber du musst dir halt bewusst werden, dass das eben diese verschiedenen Punkte auch auf dich zukommen werden. Eben nicht nur hier, ich habe hier einen Auftrag, kannst du das mal gerade für mich machen und dann das Geld einsammeln, sondern da steckt ein bisschen noch mehr dahinter. Und dessen musst du dir erstmal bewusst werden. Und ja, da stecken auch die wichtigsten Sachen schon drin, die jetzt Alex gerade schon angesprochen hat. Nämlich der erste Punkt, also was du eben gesagt hast, das Cashflow-basierte. Cashflow-basiert heißt am Ende, das Wichtigste ist im Prinzip für dich zum Beginn der Selbstständigkeit, dass Geld reinkommt, dass Geld fließt, Geld ist das Blut jeden Unternehmens. Und das ist halt das Wichtigste, dass dieses Geld schnell reinkommt, dass du da einen sauberen Schrittplan auch hast, also saubere Prozesse hast, dass wann du die Rechnungen stellst, dass du dann auch dich kümmerst, dass das Geld auch rechtzeitig reinkommt und so weiter. Weil da sind also viele Handwerker auch ein bisschen nachsichtig und da ein bisschen zu lieb und zu nett auch eigentlich. Ja, viele gehen, also jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wenn es umgeht, dich wirklich 2022 selbstständig zu machen, in diesem konkreten Jahr jetzt halt, ist es so, dass wir halt auch viele Themen wie Inflation haben, wie verteuerte Rohstoffpreise haben, alles Themen, die du schwer vorhersehen kannst. Und die meisten sagen mir auch, ja, die sind schon seit vielen Jahren am Markt und sagen, ja, gut, wir müssen jetzt warten, was die Zukunft bringt. Aber das ist halt das Unternehmen, das musst du dir auch klar machen. Du hast als Unternehmer die Verantwortung über deine eigene Zukunft. Natürlich kannst du nicht beeinflussen, ob es gerade teurer wird oder günstiger wird, aber du kannst viele Dinge am Rand beeinflussen, zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, nimm hohe Anzahlungen, mindestens 50% Anzahlung, wenn die Kunden das Konto haben wollen, dann sagst du, okay, wir können noch die Summe drüber auch das Konto bekommen. Dann machen die teilweise 80% Anzahlung. Dann kannst du den Hersteller schon mal alles bezahlen, kannst selber das Konto da ziehen, hast das Geld quasi vom Kunden schon und die letzten 20% sind quasi dein Gewinn, den du dann bekommst, dann kannst du alles in Ruhe machen, hast die Kosten aber schon rein und dann kriegst du dann am Ende noch die 20%, die deinen Gewinn bedeuten. Das ist Cashflow-optimiert. Nicht Cashflow-optimiert wird sozusagen 25% Anzahlung, ich zahle dem Hersteller bei 50%. Und gerade wenn du neu bist, musst du dir klar machen, du hast bei den Herstellern noch kein, würde man sagen, Track-Ring-Record. Die wissen noch nicht, kriegen die ja Geld, kriegen die ja Geld nicht, wie zuverlässig kriegen die ja Geld. Das heißt, die werden dir jetzt auch nicht die riesen Zeiträume einräumen und werden jetzt auch, wenn du jetzt nicht bereit bist, dann Vorleistung zu gehen, noch keine Skonti dir geben. Und das muss dir einfach klar sein. Dir muss klar sein, dass du am Anfang ein schlechteres Standing hast, also nach dem, was schon länger am Markt ist, das ist ganz klar. Aber da auch gegenwirken kannst, indem du halt immer zuverlässig am Anfang zahlst, was halt umso einfach möglich ist, wenn du Anzahlungen nimmst. Das ist mal so ein ganz typisches Thema, was viele falsch machen. Nimm Anzahlungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema, arbeite sauber. Da meine ich jetzt nicht auf der Baustelle, da gehe ich schon aus, dass du es eh machst. Aber arbeite auch im Hintergrund, bei den Angeboten, bei der Buchhaltung, bei den Nachtelefonieren sauber. Da gehen wirklich die meisten Umsätze auch verloren, weil du dem Kunden sagst, hey, wir schicken das Angebot bis morgen, dann schickst du es erst nächste Woche. Das klappt halt nicht. Dann hat er woanders schon gekauft in der Zeit oder hält dich für unzuverlässig und macht nichts mehr bei dir. Und auf solche Sachen musst du halt achten. Das heißt, du musst dir davon anfangen an, das ist auch die erste Sache, die ich machen würde, mir mal so ein paar Standards zu definieren, zu sagen, okay, Angebote werden in so und so vielen Tagen erstellt. Das wird gemacht, das wird gemacht, das wird gemacht. Die Standards regelroß zu halten. Wir können ja mal so ein paar Standards durchgehen, die wir so empfehlen, Punkt eins, also was mir sofort einfällt. Neue Anfragen, die sich melden, also Leute, die sagen, ich habe Interesse an deiner Dienstleistung, werden sofort kontaktiert, telefonisch. Sofort, auch telefonisch, nicht per Mail. Das ist zum Beispiel ein Standard. Ja, oder Verkaufsgespräche, Beratungsgespräche werden nicht abgesagt. Ja, Beratungsgespräche sind wichtiger als Montagenfaktor, weil die bringen neues Geld. Ja, für die Montage wirst du bezahlt am Ende, aber das bringt dem, wo du montierst, auch nichts, wenn du in zwei Monaten pleite bist und dann irgendwelche Nacharbeiten nicht mehr machen kannst. Das musst du dir ja klar machen. Am Endeffekt ist Geld das wichtigste Thema. Cashflow muss fließen. Ja, oder sowas wie Kunden werden immer zurückgerufen. Ja, Kunden werden zurückgerufen, auch ein ganz wichtiges Thema. Also solche, ja. Ja, dann wie gesagt, dieses Anzahlungsthema. Ich nehme mindestens 50% Anzahlung. Also mach dir wirklich mal so eine Liste mit 10 Punkten und die liest du dir jeden Tag durch, einfach um das zu verinnerlichen unternehmerisch. Wenn du diese 10 Punkte alleine machst, wir gehen jetzt noch ein paar Sachen an die Hand, so ein paar Ideen, aber wenn du das alleine machst, dann bist du weiter als alle anderen. Wenn der Kunde sich nicht aktiv meldet, dann rufst du an. Ich melde mich immer aktiv beim Kunden. Auch so ein Thema, das macht keiner. Ja, wir melden uns in zwei Wochen. Drei Wochen später hat sich gemeldet, ja, schade. Da hatten wir jetzt am Wochenende so eine Situation. Da hat, ganz witzig, einer hat gesagt, ja, war ein Anwalt, muss man dazu sagen. Ja, ein Anwalt. Hat gesagt, ja, und da haben die halt was in dem Vertrag nicht drin gehabt. Ich hab dir gesagt, ja, das ist halt nicht gut. Kostet so und so viele tausend Euro, das zu ändern. Und die haben sich halt nicht mehr gemeldet. Ja, es ist auch seine Verantwortung anzurufen da. Da hat er seinen Job halt auch nicht gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Nee. Und du musst dir halt auch bewusst machen, dass wenn du jetzt neu anfängst, du kennst vielleicht ein paar Bestandskunden oder schon ein paar Kunden, wo du vielleicht warst, in einer Firma, wo du vorher gearbeitet hast. Aber ansonsten kennt dich halt keiner. Ja, ja. Und es ist klar wichtig, dass du einen, natürlich, du machst einen geilen Job dann hoffentlich auf den, also in der Montage und so weiter. Aber das Empfehlungsgeschäft, das wird auch dauern, bis du davon sozusagen... Ja, drei, vier, fünf Jahre mindestens. Genau, bis man davon richtig zehren kann. Und selbst dann ist es halt wichtig, dass man trotzdem auch aktiv ist, Kundenanfragen reinzuholen. Denn du musst dich auch im Idealfall spezialisieren am Anfang auf eine bestimmte Tätigkeit. Ja, auch das ist ein guter Grundsatz. Ich spezialisiere mich auf eine bestimmte Sache, die ich mache. Ich bin kein Allrounder, weil da wirst du immer höhere Preise abrufen können, wirst es einfach haben mit Fulfillment, wirst du mit den Herstellern ein besseres Standing haben, weil du bei denen halt mehr einkaufst. Ja, da kann man noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das Thema Positionierung, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, gerade zu Beginn der Selbstständigkeit, wenn du dich jetzt selbstständig machen willst. Ja, das Thema Positionierung ist so wichtig, weil du dadurch halt Klarheit bekommst, wer ist dein idealer Kunde. Ja. Deine idealen Kunden bekommen eine Klarheit, dass du der Richtige für sie bist. Ja, wenn auf deinem Auto jetzt steht, ich mache alles rund ums Haus, ja, dann geh ich, also dann bist du einfach ... Wird die Person wahrscheinlich nur zu dir gehen, wenn es kein anderer machen will. Ja, also die Frage ist ja, wenn du ein Herzproblem hast, gehst du dann zu deinem Hausarzt oder gehst du dann zu einem Herzspezialisten? Ja. Und du gehst halt immer zum Herzspezialisten, weil du halt möchtest, dass dein Problem von einem Experten gelöst wird. Und genauso ist es im Handwerk auch. Wenn ich ein Problem habe oder eine Lösung möchte, dann will ich die nicht von irgendjemandem bekommen, sondern dann will ich die halt auch von einem Spezialisten bekommen und bin dann auch bereit, einen hohen Preis oder einen höheren Preis zu zahlen, weil das halt von einem Experten kommt. Und du selber musst halt dir im Klaren, also musst dir klar darüber werden, was du sehr gut kannst, was du sehr gerne machen möchtest auch in Zukunft und dich dann auf dieses Thema fokussieren und sagen, ich mache jetzt erstmal nur das. Das heißt nicht, dass du das jetzt den Rest deines Lebens machen musst, sondern das heißt erstmal, du gehst erstmal sehr spitz sozusagen in den Markt und machst dir quasi sozusagen deinen Weg mit so einem ... So wie Amazon damals mit Büchern angefangen hat. Genau, Amazon hat auch mit Büchern angefangen. Ja, kennt ja heute jetzt vor Tage jeder. Und man kann dort alles bestellen. Aber die sind auch eben sehr spitz mit einer einzigen Sache in den Markt reingegangen und haben sich dann von da aus ausgebreitet, was man dann irgendwann machen kann, wenn man ein gewisses Standing, eine gewisse Größe hat, dass man ein bisschen breiter sich aufstellt. Aber wie gesagt, Positionierung extrem wichtig, weil du erstens Klarheit hast, wer dein Traumkunde ist. Deine Traumkunden haben Klarheit, dass du der Experte bist und was sehr, sehr wichtig ist, dass du auch Standards innerhalb deiner eigenen internen Abläufe hast. Weil wenn du verschiedene Probleme hast der Kunden, die alle verschiedene Lösungen haben wollen, die alle was anderes haben wollen, heißt nicht, dass du natürlich keine individuellen Sachen machen kannst. Aber der eine will jetzt, was weiß ich, seinen Rollrasen verlegt haben. Der andere will jetzt irgendwie sein Terrassendach bekommen. Wenn du irgendwie alles machst, dann kannst du auch keine klaren Prozesse für dich selber schaffen. Und auch später, wenn mal Mitarbeiter dazukommen, hast du gar keine klaren Prozesse und keine einheitlichen Lösungen. Und löst dich bitte von den Gedanken, dass der Kunde einen Anspruchspartner für alles haben möchte. Ja. Das wollen manche Kunden haben. Das sind aber meist die Kunden, die anstrengend sind und nicht so viel bezahlen. Also das ist nicht eine allgemein gültige Aussage, die für jeden gilt, aber das ist so ein Grundsatz, den man sich mal grundsätzlich merken kann. Weil, wenn ich, wie Marvin sagt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir jetzt eine Küche holen für 50, 60, 70, 80.000 Euro, also wirklich teure Küche, ich würde nicht zum Allrounder gehen, dann nehmen wir auch Bäder, das würde ich einfach nicht machen. Und dann ist mir aber auch bewusst, dass ich nicht den gleichen Anspruchspartner haben kann wie bei den Bädern, weil es halt was anderes ist. Also die Aufträge, die sich richtig lohnen, wo richtig Geld dahinter steckt, die kriegst du als Allrounder nicht. Das kann man so festhalten. Außer du bist schon seit 100 Jahren am Markt und hast ein riesen Standing in der Branche, das hast du ja nicht, wenn du neu ansteigst. Wenn du dich jetzt in 2020 selbstständig machen willst. Ganz, ganz wichtig ist, was du auch gerade gesagt hast schon, ein bisschen angeschnitten hast, investier in Werbung. Weil die Kunden kommen nicht durch Zufall zu dir und nimm da lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand als ein bisschen zu wenig. Weil ich kenne ganz viele Leute, die sind neu an den Markt gekommen, die nehmen erstmal die billigsten Werbemaßnahmen, so gelbe Seiten und sowas, halt so ganz klassische Themen. Hat ja jeder, ist ja ein ganz normales Mann, das macht so, ist auch in Ordnung, aber erwarte keinen großen Effekt davon, von so einer günstigen Maßnahme. Was ich dir empfehlen würde für den Anfang, und das klingt das erstmal viel, aber ich empfehle es dir trotzdem, plane 10% deines Umsatzes für Werbung ein. Das ist mehr, als du mittelfristig brauchst. Garantiert, aber du musst dir da erstmal ein Standing aufbauen. Und die ersten 3, 4, 5 Jahre solltest du doch komplett investieren. Wenn du da 100.000 Gewinn hast, solltest du von 100.000, 50.000 dann wieder in Werbung stecken. Auf jeden Fall. Weil damit wächst du ja. Oder in Wachstum stecken. Das kann Werbung sein, das kann andere Dinge sein. Weil wenn du die ersten 3, 4, 5 Jahre wirklich Wachstum hinlegst, es gibt schon Leute, die sagen, jo, jetzt habe ich die ersten 50.000 Euro Gewinn gemacht, die sacke ich jetzt einfach mal ein, geht mir ja richtig gut. Ja, machst du nächstes Jahr nochmal 50, nochmal 50, hast du 150.000 in 3 Jahren gemacht. Wenn du 50.000 investierst, dann hast du vielleicht das nächste Jahr schon 200.000 gemacht. Dann hättest du in dem zweiten Jahr schon mehr als davor. Wir hätten auch sagen können, irgendwie zu dritt, zu viert, jo, wir verdienen ja ganz gut Geld, passt ja soweit. Wir lassen das. Nein, wir haben eine Agentur von 35 Leuten aufgebaut. Weil wir wissen, okay, nicht für nicht jeden, ist es was, so viele Mitarbeiter sagen, muss man auch sagen, aber wir wissen, der Hebel wird immer größer. Je größer das Unternehmen ist und dann macht Reinvestieren einfach Sinn. Plane schon mal ein, wir gehen jetzt mal von aus, du gehst als Einzelunternehmer anstatt, das war eigentlich auch egal, das ist einfach nur die Berechnungsart und andere. Plane schon mal ein, dass du im dritten Jahr deiner Selbstständigkeit verdammt viel Steuern zahlen wirst. Das erste Jahr machst du einen gewissen Gewinn, sagen wir mal 30.000 Euro, das zweite Jahr machst du auch nochmal 30.000 Euro. Dann hast du jetzt 60.000 Euro Gewinn gemacht, hast aber auch schon wieder 50.000 für Bullis und so investiert, für irgendwelche Sachen investiert, jetzt kommt die Steuer und will plötzlich den Gewinn vom ersten Jahr, vom zweiten Jahr und den vorausgesetzt vom dritten Jahr auch noch. Dann stehst du da, wir sind jetzt keine Steuerberater, das ist gar nicht der Plan, dich jetzt da zu beraten, aber hab auf dem Schirm, dass du von dem, was du einnimmst, auch eine gewisse Rücklage für Steuern einfach mal bildest, das macht auch so gut wie keiner und dann wundern die sich, ja, es ist wieder in die Steuerzahlung reinkommen, dann denke ich mir, wie passiert denn sowas zufällig? Das weiß man doch. Du brauchst halt auf jeden Fall einen sehr guten Steuerberater. Das ist auch wirklich wichtig. Nimm nicht den Erstbesten. Nee, also wie erkennt man sowas? In der Regel hat er vielleicht erfolgreiche andere Kunden, die auch in meinem Bereich, also im Handwerk dann tätig sind. Und du sagst, sie sind auf dem Level, wo du auch hin willst. Genau, und die gibt es auch schon länger und die sind auch erfolgreich. Dann auch sowas ganz Oberflächliches, wie sieht es eigentlich bei dem aus? Ist das da irgendwie unorganisiert und unordentlich oder macht das dort einen ordentlichen Eindruck? Weil ich bin lieber bei einem Steuerberater, wo es ordentlich aussieht. Nicht wo irgendwie die Zettel im Büro überall rumfliegen. Auch die Frage, wie digital arbeitet er schon? Wenn du jemanden hast, der immer erwartet, dass du ihn in den Ordner jeden Monat bringst, dann kannst du schon davon ausgehen. Der wird tendenziell jetzt nicht so erfolgreich wahrscheinlich sein. Ja, aber das nur am Rande. Also das ist nochmal. Aber es ist ein wichtiges Thema, weil das ist wirklich das, was die meisten Leute ja im dritten Jahr wirklich killt. Tatsächlich, ja. Also Steuerberater ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, genau. Also ich denke, da hast du jetzt ein paar Ideen an der Hand. Wie gesagt, das wirklich Wichtigste, was du direkt aus dem Video mitnehmen kannst, mach dir diese Liste. Setz dir Standard, sage, das sind deine Standards, die willst du haben, die willst du halten. Wir haben zu fast jedem dieser Themen auch nochmal separate Videos, wo wir da wirklich nochmal sehr tief reingehen. Aber das ist wirklich wichtig. Wenn du eine gute Grundlage hast, dann kannst du nach 3, 4, 5 Jahren schon weiter sein als Unternehmen, die nach 30, 30 Jahren am Markt sind. Ich habe auch gerade mit einem Partner gesprochen, auch seit einem halben Jahr ungefähr Partner bei uns. Will jetzt noch einen neuen Prozess starten, weil die auch wachsen. Und der meinte halt, es ist im Endeffekt so, das merkt er auch, es gibt Unternehmen in seiner Region, die sind seit 30, 40 Jahren am Markt. Und er ist, obwohl er erst seit 2, 3 Jahren am Markt ist, bekannter als die jetzt schon. Einfach, weil er von Anfang an die richtige Werbung gesetzt hat, wo die niemals für Geld ausgeben würden. Im Online-Bereich jetzt speziell. Und das ist halt so ein Ding, du kannst in der heutigen Zeit dafür sorgen, dass du nach 3, 4 Monaten als Präsenter wahrgenommen wirst, dass Unternehmen, die seit 50 Jahren am Markt sind. Also nutz die Möglichkeiten. Du bist gerade am Anfang. Du kannst dir noch nicht erlauben zu sagen, ich mache es genauso wie die letzten 30 Jahre. Weil dich gibt es gerade erst. Also sei direkt innovativ und nutze das als deine Stärke, dass die anderen Unternehmen nämlich so rückständig sind. Ich denke, da haben wir zu dem Thema, wie die 2022 selbstständig machen, genug gesagt. Wichtig wirklich, Cash is King. Hab den Cashflow im Auge, hab den Vertrieb im Auge, hab das Marketing im Auge und alles andere wird sich ergeben. Deine Montage wirst du schon gut machen dahinter. Die meisten sind ja eher dann Fachidioten, dass sie dann wirklich perfekt in der Montage sind, aber alles davor schief läuft. Und alles danach dann auch. Ja, das ist wie gesagt, das ist erstmal das Wichtigste, dass du dir halt auch bewusst machst, dass es auch um die anderen Themen geht, wie Vertrieb, Marketing und Verwaltung im Hintergrund. Genau. Super. Wenn dir das Ganze gefallen hat, ist gerne ein Daumen nach oben da. Auch ganz wichtig, damit du kein Video verpasst in Zukunft, weil wir werden auf diese ganzen Themen noch in Zukunft auch noch weiter eingehen, auch klar, noch Beispiele mit nennen von anderen Partnern. Und ansonsten, dir eine gute Zeit. Und wenn du Interesse hast, dich nochmal beraten zu lassen bei uns, dann melde dich gerne auch direkt. Macht auf jeden Fall Sinn jetzt, wenn du gerade schon so gegründet hast. Vor der Gründung brauchst du es eigentlich nicht. Aber sobald du gegründet hast, können wir eigentlich gerne sprechen. Ansonsten, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's gold. Untertitelung. BR 2018